Herzlich Willkommen bei Amtors Anträgen. Am Freitag startet der CDU-Bundesparteitag in Leipzig. Der CDU-Bundesparteitag ist das höchste beschlussfassende Gremium der CDU Deutschlands. Was sich kompliziert anhört, ist eigentlich ganz einfach. Dort werden die wichtigsten inhaltlichen und personellen Entscheidungen getroffen. Aus ganz Deutschland kommen rund 1000 Delegierte nach Leipzig. Aus allen Kreisverbänden und Regionen und natürlich aus der Jungen Union. Zwei Tage lang beraten die Delegierten mehr als 500 Anträge aus allen Themenbereichen. Von der Innenpolitik bis zur Umweltpolitik bis hin zu Hochzeitskursos. Und dabei hat die Junge Union jede Menge Ideen eingebracht. Unter dem Motto Zeit für junge Köpfe wollen wir natürlich auch inhaltlicher Motor der Partei sein. Und dabei insbesondere die Themen der jungen Generation ansprechen. Wir wollen für euch bis zum Bundesparteitag, der in vier Tagen startet, ein bisschen Ordnung in den Antragsdschungel bringen. Dafür gibt es in den nächsten Tagen meine Top 3 Anträge. Alles Wichtige rund um den Bundesparteitag gibt es ab Freitagabend. Dann natürlich auch in unserer neuen Social Media Show Leipzig Live. Einschalten lohnt sich.